so gut ich hab mich mal belesen also bei der galerie da hinten gibt es ein deutsch und ich muss sie finden also bei der da ist ein deutsch versteckt der deutsch muss hier oben sein ich muss den deutsch jetzt ich bin dort von wo von wo von wo nein 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 verdammt verdammter schlürfer das das sind irgendwie erblinken was das ist das ist nicht blind es ist nicht blind das ist das das ist das ist das ist das ist das 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 ist das das ist das das ist 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 was ist das ist ist das 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 die Oder? Das ist nämlich doch verarschen, das Ding. Schlöfer? Das ist der richtige Dolch. Und dann wollen wir durchgehen. Der wird doch gleich herkommen. Ja, da ist er. Nein, nein. Verzieh dich, verzieh dich, verzieh dich, verzieh dich, verzieh dich. Dankeschön. Boah, verdammt, verdammt, verdammt. Und zack, stirb. Geh, zugrunde. Verzieh dich. Nein, du nimmst dich jetzt nicht mit. Die riecht aus dem Mund. Hier, kriegst du erst mal was. Da ist ein Adalas von mir bekommen jetzt. Tschüss. Vergiss dich dich. Geh doch rein. Danke. Oh. Was? Naja, was ist gerade geschehen mit uns? Nein, ich habe so tiefes Gitter. Das Gemälde ist verflucht, genau. Hat sie nicht gehört, sie wusste vom Monster? You knew. You knew about the beast. Was are you talking about? Think yourself lucky that I saved your hand, even if it was to save my goods. You mean me. Don't flatter yourself, sweetheart. I'm talking about the contents of this gallery. And by the way, where do you think you're going with that dagger? It saved my life. It's an extraordinary dagger. Du solltest mit Algernon Drake sprechen. Er ist ein Antik-Dealer hier auf Darkwater. Er wird dir alles darüber erzählen. Von dem, was ich in den Ledgers gesehen habe. Es war ihm, der es zu Sanders verholt hat. Es ist nicht dein Stil, mir frei Informationen zu geben. Ich nehme es als Payment für meine Kanare. Ein einfacher Verhandlung. Jetzt geh' deinen Antik-Seller sehen. Ich habe immer noch Dinge mit Eileen zu zutaten. Das war es mit der Aufnahmesession erstmal. Ich werde beim nächsten Mal weiter machen. Ich muss noch etwas schneiden mit. Ich muss noch etwas bearbeiten und schneiden für euch. Wie gesagt, da sieht man uns beim nächsten Mal bei der namenlosen Buchhandlung wieder. Ich hoffe, bis dann hat es euch gefallen. Ihr könnt gerne einen Daumen nach oben geben. Bis zum nächsten Mal. Und auf Wiedersehen, wenn es jetzt geladen ist. Ich schätze kurz das reinladen und dann tust du dich sofort abbrechen. Lass mal. Ja, so mache ich das. Genauso. Wenn es jetzt fertig geladen hat, dann wollen wir doch mal sehen, wie lange das Laden doch nur braucht. So. Du bist reinladen und jetzt beschreiben wir das kurz mal. Oh, taug some. Vielen Dank.